Na, die Sommerpause gut überstanden? Brauchst du endlich wieder Action und bist bereit für das wichtigste Counter-Strike-Event des Jahres? Gut, denn das Finale des CSGO-Majors steht vor der Tür. Und das auch noch hier in Berlin. Atemberaubende Spielszenen, große Emotionen und eine Stimmung der Extra-Klasse. So heiß war selbst der Sommer nicht. Sei dabei, wenn die zwei Besten aus 24 Teams um einen Preispool von einer Million US-Dollar in der Mercedes-Benz Arena spielen. Astralis, Team Liquid oder doch Mousebox? Wer wird es schaffen? Erfahre es am Sonntag, den 8. September. Live und exklusiv auf ProSiebenFun.